Kann ich dir vielleicht etwas helfen, Upsi? Äh, naja, ein wenig Hilfe wäre wirklich nicht schlecht. Und was ich noch sagen wollte, Upsi... Das war aber nur einer von vielen. Mit meiner neuen Erfindung müsste die Hitze abgekühlt werden. Das hoffe ich sehr, Brummberghi. Nur noch anschalten und die Fächer erledigen den Rest. Oh, wie erfrischend! Ah! Mhm, Upsi. Und dann war da noch dieser andere große Upsi. Hallo, Upsi-Bärchi! Oh, hallo, Schmusebärchi! Ah! Upsi-Bärchi! Oh, ich lebe mich, Schmusebärchi! Ich lebe mich, Schmusebärchi! Ah! Ah! An die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, Upsi-Bärchi. Siehst du, das ist es. Du hast sie vergessen. Und so wird es den anderen auch, denn sie werden ein Stolperer vergessen. Glaubst du wirklich? Großes Upsi-Ehrenwort. Danke, Upsi-Bärchi. Jetzt fühle ich mich gleich viel, viel besser. Und jetzt solltest du zu den anderen gehen und ihnen sagen, wie du dich fühlst.